Die Schleuder werden anfangen, die Ballistare als Nächste, ja das ist das Risiko bei diesen Geschützen, das kann keine ganz gefährliche Sache sein, aber es kommt vor, aber es ist... Ja, fangen wir aber nochmal zu den Schleudern, das ist eigentlich eine der unterschätzendsten Waffen überhaupt ist eigentlich diese Handschleuder, weil da wurden Steine oder Beigugeln konnte man damit verschießen und man konnte eine unheimliche Geschwindigkeit erreichen, also ein Soldat mit Helm, der am Helm getroffen wird von so einer Steinschleuder, hat keine Chance, trotz Selm und Wolfsbach. Es sind natürlich Massenwaffen, wo man nicht so sehr auf der einzelnen Gegner eingeht, sondern man geht auf die Masse ein. Der Küche ist sch São Marietta, der in der Kürnette und das noch nicht. Die Schleuder werden muss nicht helfen und die Schleuder werden mit der Schleuder. Drei, das nochmal von woher durch den Schleuder. Die Schleuder werden zu kommen, wenn wir hier keine Schleuder haben. Die Schleuder werden nicht zurück, aber wir helfen, dass sie eher nicht ja nicht das, sondern wir helfen.